Hier sind wir im Makadi Beach, im orientalischen Spezialitäten-Restaurant. Ganz, ganz neu renoviert, total super, super schön, ganz, ganz klein. Ganz, ganz schick. Hier sind wir im Makadi Beach, hier sind wir vorm Hauptrestaurant. Hier ist dann die Swim Up Pool Bar. Unheimlich beliebt ist bei den Leuten, sagte die Gäste, Relation Managerin. Und hier sind dann ringsrum, sind die einzelnen Zimmer. Hinten ist dann der Hauptpool, den zeige ich euch dann auch noch. Und hier ist der Fun-Pub. So, das ist hier der Hauptpool im Makadi Beach. Hier sind jetzt keine Wasserrutschen, aber man kann den Aquapark vom Jazz Aquaviva kostenlos mitnutzen. Da fährt alle halbe Stunde ein Shuttle. Von hier zum Aquapark und wieder zurück. Nur mittags von 12 bis 14 Uhr ist eine Pause. Und danach ist es wieder, dass man, ja, das eben halt einfach entlangschen kann. Und hier geht es jetzt weiter zum Beach. So, das ist jetzt der Strandabschnitt vom Makadi Beach. Alles, was hier rot-weiß gestreift ist, ist Makadi Beach. Hier steht es auch nochmal schön mit drauf. Ja, es ist auch wieder super, super schön. Und das Hotel ist auch wirklich direkt, wenn man hier runter kommt, ist man direkt am Strand. Ja, das ist ein bisschen. Danke. Über 9. und 98 haben wir geöffnet und haben 313 Zimmer, welches alle Superiazimmer sind. Der einzigste Unterschied ist der Blick. Das heißt Kuhlblick, Meerblick, seitlicher Meerblick und Gartenblick. Ansonsten verfügt unser Hotel noch auf vier Suiten, die ca. 62 Verbrach wieder groß sind, mit einem Schlafzimmer und einem extra Wohnzimmer. Alle Zimmer sind für maximal drei Personen zugelassen. Familienzimmer haben wir nicht. Für Familienzimmer haben wir Zimmer mit Verbindungstüren. Ansonsten haben wir zwei Alacat-Restaurants. Einmal hier im unteren Bereich, unser orientales Alacat-Restaurant. Was die Gäste jeden Tag reservieren können und so aufrufen können, wie sie möchten. Zum anderen haben wir unser Beach-Restaurant, auch ein Alacat-Restaurant, in dem sie mit Freitag, Samstag und Sonntag. In unserem Beach-Restaurant findet Freitag, Samstag und Sonntag und da kennt man sich in der Stadt. Mit einem festgegebenen Fünf-Gänge-Bewieb. Auch das können die Gäste vorher an der Rezeption reservieren. Ansonsten von Montag bis Sonntag ist auch da normal Alacat. Alles im All-Inclusive-In begriffen. Das All-Inclusive-Konzept-Fahrer-Club haben wir seit 2009. Vorher hatten wir normal halb Prozent Euro Vollpension. Ansonsten für mich geschätzliche Gäste sehr unseren kostenlosen Wäsche-Service, der auch so oft genutzt werden kann, wie man möchte. Die Stadtgäste mögen das sehr. Man kann mit gewaschenen Sachen mit einem sauberen Koffer wieder nach Hause fliegen. Ansonsten haben wir mehrere Bars. Unsere Lobby-Bar, die 24 Stunden geöffnet hat. Natürlich unsere Pool-Bar und unsere Swim-Up-Bar, ein weiteres Highlight, was die Gäste auch sehr schön finden. Und unten am Beach haben wir unsere Beach-Bar, die auch täglich geöffnet ist, an der es aber kein Alkohol gibt. Alkohol gibt es ansonsten nur im Lokalen. Im All-Inclusive-Konzept inbegriffen. Der Rest importiert gegen Bezahlung. Ansonsten haben wir einen Kinderclub mit deutschsprachiger Betreuung, der auf jeden Tag offen hat, mit verschiedenen Programmen. Ein Kinderpool steht auch zur Verfügung und ein beheißter Pool. Der beheißte Pool ist der hier unten, der kleinere. Der große Pool wird bis jetzt noch nicht beheizt, ist aber in Planung und soll mit Solarenergie erhitzt werden. Auch im Moment alles neu, neu gestrichen. Neue Farbe, alles in Jazz-Standard angepasst, in der Weile. Ja, schöne Aussicht in die ganze Makkadi-Bucht. Also hier seht ihr die Makkadi-Bucht, Ausblick vom Makkadi-Beach, oben soll die Turm aussehen. Ist super schön. Ich dachte, mit der werden wir nur zu der gebracht. Ja, ganz toll. ... ... Ja, das stimmt. Das ist ja, wo war kein Zini? Vielen Dank.